Im Jahr 1988 verließ die Sonde Voyager und das Sonnensystem. Sie entdeckte tausend neue Welten. Welten, die kein Mensch zuvor gesehen hat. Was wird uns dort draußen erwarten? Nebel, Licht oder riesige schwarze Löcher, die uns hineinreißen in ein Strohlos hungriger Materie? Man weiß es nicht. Doch wir glauben, ja wir glauben zu wissen, dass wir ohne unsere Körper rein mit Hilfe des Geistes all das entdecken können, was in diesem Jahrhundert nur Maschinen gelang. Das allumfassende Nichts. Dort, wo Gedanken in Form von Stromimpulsen durch Gewebe rasen, dort treffen wir auf unzählige Bilder, die uns all das zeigen, was wir sehen wollen. Dies ist unsere Traumreise. wiederhogen auf heraus. Dasそれは Stunden, was es live. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Welt, sie dreht sich schnell Komm, steig ein, beweg dich mit und frage nicht Wir atmen den Duft, kalter Fantasie Am Ende aller Grenzen steht der Kosmos und Energie Traum, Wein, See Traum, Wein, See Traum, Wein, See Traum, Wein, See Wir sehen uns in der Zukunft Wir sehen uns in der Zukunft Den Raum der Zeit Die Welt von Morgen Wartet schon in dir Alles ist hier möglich Und nichts ist wahr Traum, Wein, See Traum, Wein, See Wir sehen uns in der Zukunft Traum, Wein, See Wir sehen uns in der Zukunft Traum, Wein, See Wir sehen uns in der Zukunft Wir sehen uns in der Zukunft Wir sehen uns in der Zukunft Traum, Wein, See Traum, Wein, See Traum, Wein, See Wir sehen uns in der Zukunft Wir sehen uns in der Zukunft Traum, Wein, See Traum, Wein, See Traum, Wein, See Untertitelung des ZDF, 2020